Europas Schlösser. Sie gehören zu unserer Kultur wie zu unseren Landschaften. Auf den Spuren des europäischen Adels erkunden wir das Loire-Tal in Frankreich, das deutsche Baden-Württemberg, Südengland, das italienische Piemont und die Schlösser rund um Lissabon in Portugal. Schloss Ludwigsburg, wo Könige das Leben feierten und im Barocktheater Wolkenwagen am Himmel vorüberziehen. Das Zuhause einer traditionellen Delikatesse. Hier wohnt sogar ein König der Schnecken. Nur ihm allein bleibt das delikate Ende erspart. Insel Mainau. Hinter diesen Türen lebt man heute noch gediegen. Graf Björn erinnert sich an fröhliche Kindertage in seinem Schloss. Der Weg der Schlösser in Baden-Württemberg. Er führt uns heute von Burg Hohenzollern über Schloss Ludwigsburg bis hinunter zum Inselschloss Mainau am Bodensee.